Hallöchen Leute, willkommen zurück zu meinem Desktop und es gibt ein neues Info-Video, wohlgemerkt. Und mir fällt gerade ein, mein Hintergrundbild könnte ich auch wieder ändern, gibt ja neue Anlässe. Ja, warum ein Info-Video? Ganz einfach. Ich habe gerade die nächsten vier Parts von Kaiserreich Mod aufgenommen. Sprich nicht das, was jetzt rauskommen wird heute, sondern das, was nächste Woche rauskommen wird. Und ich warne euch schon mal vor, es werden die letzten vier Parts sein, danach ist es vorbei. Danach gibt es nichts mehr zu tun. Danach habe ich das Projekt beendet, weil wir sind durch. So, ja, das bedeutet im Unklartext, wir brauchen ein neues Projekt. Und das ist jetzt kein Abstimmungsvideo, denn das neue Projekt ist schon klar, nur es gibt ein kleines Problemchen, wann das Projekt startet. Und so habe ich gedacht, wir machen wieder ein IO4-Projekt. Jetzt könnt ihr euch vielleicht wieder fragen, von wegen, ey Leo, Moment mal, du bist doch vollkommen bescheuert. Ja, bin ich, aber warum machst du jetzt ein zweites IO4-Projekt? Weil ich habe ja mit Markus auch ein IO4-MP vor, wenn wir mit Schoko und 2 durch sind. Dieses IO4-MP wird, äh Quatsch, dieses IO4-LP wird ein bisschen anders sein. Wir machen jetzt keine XP-Liebige Nation und machen einfach mal, sondern wir machen einen Challenge-Modus in der Art. Und Quatsch, DLC ist das schon. Wir gehen Richtung Achievements. Und zwar einige schwere Achievements. Einige, wo man wirklich ein bisschen Glück haben muss, vielleicht sogar. Sowas wie, keine Ahnung, Sweden ist nicht overpowered. Na gut, ist das nicht so schwer, aber das werden wir uns mal einvisieren. Mit Schweden einmal versuchen, den gesamten Ostseeraum zu erobern. Sprain is the Emperor, die als Kaiser vom heiligerumischen Reich als Spanien werden. Auch nicht ganz so einfach. Was haben wir noch, was interessant wäre? Ja, okay, es gibt Schwachsinnige wie sowas hier, wo ich mir einfach nur denke, nö, das will ich einfach nicht machen, weil es so blöd ist. Aber was haben wir noch so? Keine Ahnung. The Reconquister. Ne, will ich auch nicht machen, das ist mir auch so schwer. Ja, so ist es vielleicht mal. From the Netherlands as a nation, starting as a Dutch culture. Warum nicht? Kann man probieren. Noch irgendwas, was vielleicht interessant wäre? Naja, wir wissen auf jeden Fall, was wir vorhaben. Wir suchen uns irgendein Achievement raus, wo ich dann sagen würde, das machen wir jetzt. Und probieren alles mögliche in die Richtung. Dann gebe ich euch Tipps dazu, wir probieren das mal aus und entweder klappt es, oder es klappt eben nicht. Das sehen wir dann. So, das wäre das nächste Projekt, nur es gibt jetzt ein kleines Problemchen. Paradox hat das nächste DLC announced. Nämt sich, Moment, Third Rome. Das DLC wird einiges mit den Russen ändern. Der Russe bekommt, glaube ich, ein komplett neuer Ideenpool. Es gibt ein paar neue Provinzen in Russland und mit dem orthodoxen Kirchenstaat wird einiges geändert werden. So, und dieses DLC kommt bald raus. Denn aufgrund der Paradox-Seite zu urteilen, kommt es am 14. Juni raus. So, und jetzt rechnen wir eins und eins zusammen. Die letzten IO4-Parts kommen am 11. raus. Am 14. kommt dann Third Rome raus. Das bedeutet, für den Dienstag und den Donnerstag logischerweise können keine IO4-Videos kommen. Geht einfach nicht. Weil so schnell bin ich nicht. Auch nicht hier mit dem Donnerstag. Weil, ähm, am Mittwoch wird's rauskommen. Wahrscheinlich so gegen Abend. Am Donnerstag würde ich noch arbeiten gehen. Äh, das krieg ich nicht hin. Das geht nicht. Frühestens werde ich es für den 17. und 18. hinbekommen. Die ersten Parts eben hochzuladen. Die peile ich mal an. Das heißt, für den Dienstag und den Donnerstag, den 13. und den 15. wird dann irgendein, ja, Zwischenprojekt oder irgendein paar komische Parts eben kommen. Irgendetwas. Nicht unbedingt Hiwos, wie es sonst immer der Lückenförder ist, sondern irgendwas anderes. Mal sehen was. Aber das ist mal so für euch als Info. Ich hab's in den letzten Part von Heutz 2 ziemlich komisch erwähnt. Und es ist ziemlich komisch beschrieben. Deswegen wollte ich's im Infovideo genauer nachhauen. Was wir jetzt genau vorhaben. Ja. Das heißt auch, dass, äh, MP Together mit Markus werden wir dann auch... Ach, mit Celeros. Aber egal, wir nehmen doch Markus. Werden wir dann auch mit dem Third-Roam-Update machen. Weil, wie gesagt, äh, bietet sich ja gerade an. Gut, das war's an sich. Dann würde ich sagen, schreibt eure Meinung rein, was ihr von so haltet. Schreibt vielleicht ein paar Achievements rein, die ihr gerne von mir sehen möchtet. Ich kann ja nochmal euch zeigen, welche ich schon alle habe, damit ihr nicht, äh, rein zufällig mir eins gibt, was ich schon kenne. Bei ein paar habe ich schon... Ein paar lustige Achievements habe ich mir schon geholt. Ein paar, die auch nicht so einfach sind. Aber ich schreibe einfach langsam runter, zeige euch schon, was ich alles habe. Dann könnt ihr mir ja den ganzen anderen Scheiß eben reinhauen. Wobei hier, Warnert und Paras total einfach ist mittlerweile. Dann würde ich sagen, ich bin auf eure Vorschläge gespannt. Ich freue mich auf eure Meinung, die ihr schreiben werdet. Und ja, wir sehen uns dann bei den kommenden Projekten. Ist auch noch ein bisschen Zeit, bis es losgeht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschö.